Zwei Tage Vollgas für die neuen Lernenden bei Cablex. An den sogenannten Next Welcome Days Cablex wurden die Lernenden ins Unternehmen eingeführt. Dabei wurden interne Prozesse erklärt, sowie präventiv über den Gesundheitsschutz sowie über die Arbeitssicherheit informiert. Aber es gab auch Zeit, um sich gegenseitig besser kennenzulernen, z.B. mit Schere-Stein-Papier. Die Welcome Days sind ganz unter dem Motto «Ich will» durchgeführt worden. Jeder Lernende ist in erster Linie für sich selbst verantwortlich, definiert seine Ziele und Arbeit und handelt mit Eigenverantwortung. Natürlich stehen dabei der Berufsbildner und der Praxisbildner immer zur Seite und begleitet der Lernende die ganze Ausbildung hindurch. Den richtigen Startschuss und Motivationsschraub hat der CEO von Cablex, Daniel Bintseger, mit seiner Rede gehalten. Wer will in 20 Jahren von euch CEO werden? Nicht? Zwei, drei? Gut. Das ist super. Zwei intensive Tage mit viel Informationen und neuen Eindrücken. Doch jetzt sind die Lernenden bereit für das Netz der Zukunft. Dann mal was zusammenge crafts. Ist das so ein bisschen funktioniert. Weiter vieillst du dich, Herr Foch, hier ist die Folge mit etwas GRPOW, das ist ein bisschen besser. Vielen Dank.